hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von rocket league jetzt wahrscheinlich auch wieder auf meinem hauptkanal ich würde mal schauen ob ich das jetzt weiterhin auch so mache aber ist jetzt tendenziell erstmal eventuell schon der plan genau ich würde sagen wir starten auch direkt das game ist gerade irgendwie bei mir also schon ein paar probleme überhaupt zu starten weiß jetzt nicht ob das jetzt so langsam mal alles wieder funktioniert aber es ist auch wieder formel 1 im shop kann das sein oder also man kann sich wieder kaufen oder irgendwie das ist überhaupt hier gerade dann nichts geiles oder es ist also super ich weiß nicht wahrscheinlich irgendwas neues also das wieder reingebracht und seitdem funktioniert bei mir irgendwie die hälfte gar nicht mehr 2000 kostet das habe ich auf jeden fall nicht lassen so was denn jetzt hier eigentlich noch aktienzeit ist eher ein pink 700 eigentlich nicht ganz wohl also auch wenn egal ist keine frage aber ich glaube jetzt nicht dass ich unbedingt das haben will und dann würde ich sagen gehen wir rein wir müssen irgendwie ein bisschen vorwärts kommen ja auch schon gesehen habt für den stream jetzt auf jeden fall also fährt gerade video dabei ist gerne mal auf twitch vorbeischauen ist glaube ich unten in der video beschreibung verlinkt da kommen auf jeden fall jetzt hoffentlich auch wieder regelmäßiger streams und ja wieder offen auf dem kanal machen weil weiß nicht wie hat es für mich nicht so viel sinn gemacht doch auf den anderen kanal also und jetzt probiere es einfach mal wieder hier vielleicht kann sein dass irgendwann wieder wechselt aber ich glaube so bin ich gerade mehr zufrieden ja deswegen wird es wahrscheinlich auch erstmal so sein dass ich wieder auf meinem hauptkanal hochladen gaming also mindestens donner dienstag donnerstag sonntag ist eigentlich mein ziel vielleicht wenn ich aktuell genug zeit habe und genug videos dann auch noch montag und freitag mittwoch und samstag ist sowieso für siku und so da werden wahrscheinlich vielleicht auch wieder nächste woche zwei kommen die woche weiß ich aber noch nicht genau eine reservierung ja okay das game ist gerade tatsächlich sehr broken maybe muss ich auch noch ein bisschen was rausschneiden als video aber ich glaube weil ich jetzt die ganze zeit auch vom video gelabert habe macht es relativ wenig sinn ich hoffe das funktioniert jetzt heute alles mal direkt und ja ich habe nicht so probleme wie beim letzten mal das wäre nämlich nicht so geil sieht gut aus ich weiß gar nicht mehr wie es geht aber naja auch schon wieder zwei tage her und ist nicht so geil ich habe sehr große probleme wie ihr merkt und ich weiß nicht warum das ist natürlich nicht so rauschend es steht zwar hier die kurierung ist überlastet aber ich weiß gar nicht wovon ist auf jeden fall komplett überlastet ich kann aber gerade nichts anders machen ich weiß auch gar nicht warum weil eigentlich ist gerade nichts anderes als sonst deswegen verstehe ich es tatsächlich nicht vielleicht ist das problem gleich recht ich hoffe es einfach mal dass es besser wird sieht auf jeden fall im moment so aus sicher kann man es natürlich jetzt noch nicht sagen erst mal verhindert sein anlauf aufs tor ach sorry scheibenkleister nicht so wie ich mir erhofft hatte müsste aber sowieso ausgehen das schon mal gut vielleicht war jetzt nicht so 1a super mäßig verteidigt aber hoffentlich erst mal so dass es reicht aber der kommt daran das ist natürlich ungünstig hätte man vielleicht noch ein bisschen besser spielen könnte tatsächlich alles doch weiter weg als ich dachte ich gehe mal wieder ein bisschen nach hinten ah hat ihn doch bekommen nicht so geil nicht so geil er spinnt wieder so an die strahle wand ach komm schon reicht nicht ah der kommt nicht nochmal an die decke das ist natürlich schade schade ist es ja den gegen habe ich glaube ich getroffen aber halt nicht im fall oder wie auch immer das passiert hier alles gerade ah hilfe ich werde gebummt durchgehen weg damit schon wieder der bump aber das war glaube ich nicht absichtlich weil es made war hoch er ist da gut gut ich nicht ich bräuchte immer boost boost tatsächlich ein bisschen gebaut dauert weil ich jetzt wieder zehnmal vorbeigefahren bin kann er den noch mal berühren ja das ist nicht so geil ich müsste schon reicht meine geschwindigkeit nicht aus das könnte ein mieser konter werden kann aber auch nicht werden wir könnten kontern ah der geht nicht oder doch clean 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 ich sehe jetzt erst dass wir da hinten lagen macht natürlich sinn nach dem tod direkt am anfang ich habe aber direkt vergessen wir spielen natürlich auch wieder best of three wie immer sag ich mal jedenfalls für das erste video noch mal schauen wie lange also ich denke wir drei videos wenn ich jetzt schwarze immer dann wahrscheinlich noch drei snow runner insofern nicht tatsächlich so viel lust und bock habe gerade aber sieht gegen die wand das war auf jeden fall kraft das war auf jeden fall kraft und noch halt die Pfosten im Pfosten ja bitter ich meine da kann ich nur so Druck machen glaube ich jedenfalls oder ich wüsste es nicht besser lang einfach so der ist doch stark der ist noch besser haben wir direkt mal wieder verwandelt dass der auch schon wieder nicht reingeht na ich muss sagen dass der erste nicht getroffen hat war natürlich auch sehr wild aber naja ok aber wohin spielt er denn er ist daneben der ist daneben wir müssen nochmal berühren upsala weg damit erstmal weg damit ist erstmal schon mal gute sache ah ich hätte ihn auch nicht besser bekommen habe ich festgestellt aber war dann eh schon zu spät komm schon nein ich bin so schlecht den hätte ich reinmachen können tatsächlich das weiß ich nicht wichtig nochmal bitte nicht so geil ja gut gut weg damit erstmal wieder wichtig wichtig sehr sehr wichtig was er trifft das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen nein war nicht schnell genug mit umdenken dass ich da hätte schon vorher hingehen sollen schade hätte ich vielleicht besser bekommen der geht auf jeden Fall in die richtige Richtung aber er hat ihn raus gefischt der eine steht stand auch für kurzen Zeitraum nur rum das ist natürlich bitter dass ich jetzt nicht da war nochmal das ganze ich sollte doch einfach ach komm schon der ist genau in unsere Richtung vor das müsste er auf jeden Fall verhindern ja ja gut nochmal ran na reicht nicht uah gefährliche Sache er geht wieder genau unter die Laterne gibt es nicht gibt es nicht unglaublich fangen wir wieder perfekt mit einem Loose an das ist ja schon mal sehr gut dann geht es auch erstmal schon wieder in der Liga runter na klar ja nur 4 abwehren habe ich gemacht ok crazy ähm ja dann schauen wir mal wie es das nächste Game so bringt so geht es auch schon mal rein da ey wieso war eigentlich so viel schneller als ich jetzt wusste ich es nicht ok richtig das war gar nicht so schlecht also ich hätte selber nicht gedacht dass ich es hinkriege so wie ich es tatsächlich gespielt habe oh der oh dass ich da nochmal rankomme ich bin ein guter Spüler einfach ich habe mich verdrückt oh ich habe mich verdrückt sorry war auch nicht so geplant ging aber dann tatsächlich nicht viel anders ich habe mich ein bisschen selber outplayed ich habe mich ein bisschen selber outplayed ach zerstört habe ich ihn aber das reicht halt nicht wichtig sehr sehr wichtig noch mal geblockt das war gut 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 nicht so gut ah ganz super spitzenmäßig ok was spielen wir ach das war schlecht habe ich nicht so getroffen wie ich wollte ok ok dass 2 auf mich drauf fahren um mich zu bumpen ist auch insane oder ey das gibt es nicht das kannst du ja schon wieder keinem erzählen dass der noch nicht drin war vorher schon unglaublich unglaublich ach miss klickt ich bin abgerutscht von meinem Stick der hat damals auch kein Grit mehr der Stick vielleicht liegt es daran ja da gehen halt wirklich einfach auf BAM da muss man halt einfach so sagen doch ist verwirrt weil ich ja eine Nachricht bekommen habe jaaaa sehr stark sehr stark ok jetzt antwortet mir auch einfach niemand ok ok was das will ich straws nicht kein Dings bekomme, weil der war eigentlich von mir bis dahin gespielt, aber okay. Dann halt nicht. Der hab ich mir auf jeden Fall gegönnt. Ach, zu spät. Zu spät. Zu spät. Ah, okay. Er spielt in die Richtung. Nicht so geil. Ich bin gerade in der Situation. Das einzige was, wie ich mir vorgestellt habe, weil das direkt in deren Lauf sozusagen war. Okay, der ist da. Okay, okay, okay. Nee. Geht aber nicht rein. Lucky. Okay, go for this. Okay, ganz schön. Nicht so, wie ich gerne hätte. Upsala. Naja, hätte fast noch besser funktioniert. Oh, der ist gut. Ist doch fast drin. Nee, tatsächlich nicht. Schade eigentlich. Ach, komm schon. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, gut. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Es wäre schön, wenn wir das Game noch, also, das können wir nicht mehr verlieren, aber sehr geil. Okay. Cleaner Win. Und ohne Gegentor. Das wird nice. Gehen wir rein ins nächste Game. Wir müssen nochmal gucken, was auch die Belohnungen tatsächlich sind. Wir haben jetzt ein Los, ein Win. Schon mal stabil. Nach dem nächsten Game ist ja sowieso theoretisch erstmal das Video vorbei. Deswegen, dann werden wir nochmal schauen. Ich sehe gerade auch noch was, was wir noch die ganze Zeit gemacht haben. Ist fertig. Perfekt. Weiter geht's. Oh, da war noch nicht der Boost. Hilfe. So, wie will ich schon mal gut anfangen. Hm. Das ist natürlich jetzt gefährlich, wenn es so gut anfängt. Ah. 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 Ah, der Letzte. Gibt ihn doch noch. Oder Play von, wie auch immer er heißt. Oh, der geht ziemlich gut in die Mitte. Ah. Schwierig zu nehmen wahrscheinlich. Doch ein bisschen sehr weit. Ah. Danke für den Bump. Ah. Jetzt kein Boost. Ah. Die Linie haben noch Richtung. Boah. Sehr wichtig. Einerseits. Den zu holen. Muss er andersrum haben. Okay. Gut. Oh. Ich dachte, er hat mich gesehen. Dann wäre der Plan auf jeden Fall nicht so sehr. Oh. Schwierig. Ach. Ich stehe ihn ja falsch. Maid. Ja. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Komm. Komm. Bisschen höflich sein. So im Chat. Really strong. Ah. Sorry. Schade eigentlich. Wollte eigentlich nur verwirren. Ich habe mich aber leider selber verwirrt auch. Let's go. Hier fliegen wir den Fliegel rum. Ist eigentlich nicht so geil. Komm. Glanzparaden. Na klar. So kennt man ihn doch. Ach. Komm schon. Sehr gut. Okay. 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 Ich bin da drin. Ich habe gar nicht hingeguckt. Okay. Okay. Hopp. Sehr stark auf jeden Fall. Ja. Dann soll es euch auch gewidmet sein mit dem Video. Ähm. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei auf meinem anderen Kanal. YouTube geht jetzt nicht so viel. Und auch auf Instagram. Und ja. Dann bin ich hier raus. Und. Tschüss. Aaah. Tiós. Tiós.